Es ist endlich soweit! Das Mid-Season Limitational 2023 geht los! Am heutigen 2. Mai 2023 beginnt die kleine Weltmeisterschaft in League of Legends. In London treten die besten Teams der jeweiligen Ligen an. Aus der LEC sind Wintersplit-Sieger G2 Esports sowie Springsplit-Meister Madlines mit von der Partie. Als Favoriten gelten in diesem Jahr besonders die Teams aus der LCK. Gen.G bezwang in einem hochklassigen Finale Vietz-Weltmeister T1, obwohl das Team zuvor die Gesamtsseason über die lokale Szene dominierte. Los geht's um 14 Uhr mit der Partie zwischen PSG-Tailern und Detonation-Focus-Me. Im Anschluss folgt bereits die erste Partie für G2 Esports, die gegen CBLOL-Vertreter laut ran müssen. Das große Finale findet am 21. Mai 2023 statt.